Käppchen. Oh, ich will mir die Glocke nehmen. Schau, wie sie es geschmückt. Die Bauerfuß ist schon ein bisschen unterwegs. Oh, er hat noch die Füsse. Mhm, das ist doch dem gleich. Ich will dir noch nicht in die Augen schauen. Aber der Mann ist schon. Ah, der Mann ist nicht so einfach. Kommt noch eine, schau, die letzte. Wir müssen jetzt in den Stall, fertig mit der Weide. Ich frage mich noch, wie lange das da geht. Ja, ich hoffe. 600 Kühe sind es und 74 Bauern. Fertig. Nein. Du musst jetzt sehen. Dann gehst du da erst. Ja, genau. Mach mal ein bisschen schneller. Die hätte ich gesehen. Die kommen. Die wollen jetzt etwas von dir. Schauen. Das sind ja die Jungen da, die Hörner haben. Den essst du sonst? Den hast du auf dem Teller. Sie sind alle der Kappe zu der Musik. Schau, du tanzt mit der Zunge. Dann komm bitte. Und jetzt kommt einer mit den Hörnern. Schau. Hier geht's? Wir machen einen Cheapenwäscher. Ein Cheapenwäscher. Nein, jetzt hat's... Lass dich mal! Mach nicht den Cheapenwäscher. Oh, jetzt geht's jetzt. Würste gut oder würdest du mal nicht in die Kamera rein? Ja, ich mache das. Das geht mal! Schau. Die Hunde, die Kleine, das Kälbchen, das Rindchen. Du hast auch wieder einen Hund, hast du gesehen? Schau mal, schau mal, wenn er schaut aufs.